So, schade. Tatsächlich, Control Destruction brauche ich erstmal nicht, aber war ja klar, Spell Damage ist nicht so mein Main Operator, hinter dem ich her bin. Was ich aber hinter dem ich her bin, das ist ja wohl ganz klar, das ist Experience und deswegen machen wir jetzt noch eine Map. Eine schöne Sima, die Burial Chambers, die hebe ich mir auch für später. Aber jetzt machen wir, jetzt ist die Frage, immer wieder selbe Frage, die sind ja auch nicht schlecht, um zu craften, mal was zufällig, mal irgendwas zu probieren. Ja, ich mache lieber jetzt hier blaue. Ist halt so, wie es ist. Auch wenn es Tier 7 sind. Aber freigespielt habe ich es ja schon, den Krater. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier schöne Tier 8er Maps rausholen. Das ist eigentlich das Ziel. Ja, und nicht uns schlagen lassen. Die haben mich jetzt geschlagen. Was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt in Hardcore bin und sowas merke? Es gibt da Mobs, die hauen mich einfach. Gehe ich dann sofort raus aus der Map? Wahrscheinlich, oder? Aber nicht reinlaufen. Ein bisschen zurücklaufen. Aber ja, sie hauen mich. Können irgendwas, was ich nicht so doll finde. Aber sie machen es sozusagen aus der Nähe. Also irgendein Melee-Dings. Aber ist es nicht so, dass ich doch eigentlich defense-wise 17.000 noch gar nicht so schlecht dastehe? Ja, gut, ich habe bestimmt schon mal gesagt, aber ich habe immer gelesen, dass du mit irgendwie, weiß ich nicht mehr, 20 oder so, also 20k Native ohne Determination, eigentlich in die Maps gehst. Irgendwie so. Und das ist ja absolut nicht abzusehen. Der Mobs liegt einfach an den Klamotten, die ich an habe. Ich habe halt nicht Armorklamotten an. Sollte ich mal ändern. Und was man ja auch normalerweise schon auf die Reihe gekriegt hätte, wenn es jetzt nicht Brucellus wäre, oder man so ein schlechter Spieler wäre, dass man Purity of Elements am Start hat. Zusätzlich noch. Das habe ich ja noch nicht. Ach ja, das lag daran, genau, jetzt erinnere ich mich wieder, das liegt an dem fehlenden Joule. Ich habe... Ich hätte zwar vielleicht mittlerweile die Skill-Punkte, um hier so ein Joule reinzudrücken... Ich bräuchte halt zwei, wahrscheinlich. Aber ich habe ja keine Joule. Oh, was ist der? Der heilt sich! Ja, geht's noch. Das geht gar nicht eben, Schamble. Wie hast du dich denn da gerade geheilt? Gut, dass du es nicht nochmal gemacht hast. Schick mir lieber so ein grünes Zeug hinterher. Klare Sache. Hier... Yellow Sucker. Sick it. Das ist doch schön, das ist Tier 4, da kann man... Schöne Sachen mitmachen. So, jetzt hier, los. Geht mir aus dem Weg... Mein Field. Man freut sich ja über jeden... Support-Jam, den man kriegt. Könnte schon mal wieder schauen, ob ich rein theoretisch... wieder so ein 3 gegen 1 Tausch machen könnte. Recipe. Auf der anderen Seite waren die bis jetzt sehr unerfolgreich... Oh, wieder nicht aufgepasst. Beim Boss gelandet. Das ist aber auch immer so ein Ding, wenn da die Bosse einfach so in der Weltschicht am anderen stehen. Ja, keine Ahnung, wie kriegt man den? Mag der meine Mines? Ich muss mal wussten, sorry. Also mein Golem... Der ist immer Gleichgeschichte hier. Weil wäre schön, wenn du dich mal auf meinen Golem konzentrierst... und mich einfach hier meine Arbeit machen lässt. Aber so scheine ich es ihn auch klein zu kriegen, den Gusten. Mana is gone. Das ist mein... Oh, oh, oh. Nicht verklickern. Das ist mein Golem schon wieder Geschichte. Aber der ist jetzt auch Geschichte. Auch wenn die Geschichte kein gutes Ende nimmt, weil ich einfach nichts kriege. So ein blaues Zeugs. Aber egal. Ja, nicht jammern. Freu dich einfach am Leben und an deinen Prozenten. Sind ja auch schon wieder fünf mehr. Als vor dem Level. Und das Ziel war ja auf jeden Fall mal älter zu werden. Als die gutste Okkultistin. Und vielleicht sogar... Da ein Tier 8 zu machen. Das wäre ja mal was, ne? Aber Maps-technisch schaut es da ganz schlecht aus. Also... Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein... Sich da die Kuh in den Schwanz beißt. Ich nutze keine Alchemie-Dinger. Deswegen kriege ich jetzt auch keine Tier 8. Oder was. Oder wie. Ich habe ja, glaube ich, zwei Stück. Und das ist aber irgendwie dieselbe Map. Kann man dann schon mal spielen, klar. Aber nichtsdestotrotz... Bräuchte ich ja ein paar mehr. Aber jetzt spiele ich die hier halt in blau. Da ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich geringer, dass ich... ...anständigen Drop kriege. Und deswegen ist die Frage, sollte man vielleicht einfach sagen, äh, puh... Ich hebe mir so viele Alchemie-Orbs auf, wie ich noch 7er, 8er oder so hab, um sie halt auch zu alchemieren. Oder ist das ein blöder Gedanke, weil ich mit Droppen ja dann wieder welche... Dann habe ich keine... Stell dir mal vor, du hast ein Tier 8. Aber hast keinen Alchemie-Orb mehr. Und dann kannst du den ja rein theoretisch nicht spielen. Also, ich krieg's auf jeden Fall den Punkt nicht für das Erreichen da mehr. Also, Töten des Bosses. Habe ich schon mal erwähnt, dass, äh, der Rooseless-Mode eigentlich ziemlich geil ist, weil er solche... ...Gedanken hervorbringt. Du dich aber trotzdem ärgerst. Weil's nicht irgendwie, weiß ich nicht, schneller, effektiver, besser, doller geht. Naja, egal. Jetzt holen wir uns hier die letzten Orb of Transmitations noch. Hoffen natürlich darauf, dass die Gegner hier doch noch eine Tier 8 rausrücken. rein theoretisch die Chance dazu gäbe's ja. Aber ja. So, auf den letzten Metern nochmal Daumen gedrückt. Und, ja. Manchmal muss man halt auch einfach Glück haben. Hatten wir diesmal nicht. Also, war schon okay. Haben 10% gemacht, glaube ich. Oder waren wir bei 17? 27? Ich weiß es nicht mehr. Helena, hier. Schauen wir mal uns die zwei Sachen noch an. Warum ich das mitgenommen habe, weiß ich nicht. Das brauchen wir wahrscheinlich eher nicht. Und dann überlegen wir uns mal ganz genau, was wir als nächstes machen. denn jetzt Division vermisse vor wie aha